Erste Prüfung. Soll ich? Dieses Laufen, das stört mich. Ich will gemütlich laufen. Sieht viel cooler aus. Beeindruckend. Irgendwas muss passiert sein. Ich sollte mich umsehen. Ich sollte mich umgehen. Ich sollte mich umgehen. Hm. Eine Energie. Blaue Vier-Augenbrille. Ah. Etwas Legendäres, was wir identifizieren müssen. Teilungsbild weg. 43. Irgendwas ist doch dort, oder nicht? Ja, jetzt ist es nicht mehr da. Jetzt ist es nicht mehr da. Jetzt ist es nicht mehr da. Mehrere kommen auf uns zu. Mehrere kommen auf uns zu. Hier. Erscheine, was auch immer jetzt passiert. Mehr Spuren alter Magie. Etwas muss sich verändert haben. Irgendwie ziemlich billo. Dass man einfach nur dann dieser Spur folgen muss. F drückt und fertig. Das hat mir gerade noch gefehlt. Aber wenigstens werde ich diesmal nicht überrascht. Ah. Ach. Ach, verdammt! Ach. Ach, verdammt! ihr könnt mich nicht aufhalten da geht es weiter kommt mir bekannt vor ich werde loslassen ich werde loslassen ja habe ich auch da dort ist was als würde sie mich ans ziel bringen ich schätze ich suche nach spuren alter magie aber wo ich weiß ja wo ah noch mehr sachen dazu gekommen die sache ist ich könnte da jetzt 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 tue ich aber das will ich ja noch gar nicht weiter geht ich ... ... ... ... ... ... ... ... Big Knicks Ich bekomme hier nichts geschenkt. Geht es jetzt da weiter oder? Nein! Optional. Das war's. Ich sollte mir diesen Torbogen von beiden Seiten ansehen. Rot. Blau. Kann ich da was ziehen? Ist es nicht mehr da. Okay. Was hat die Magie auf beiden Seiten des Torbogens verändert? Aber vorhin fühlst du es ja in einem anderen Raum. Achio. Ich muss überprüfen, wie sich der Raum verändert, wenn ich durch den Torbogen trete. Kann ich jetzt mitnehmen? Hm. Da hoch. Ich verstehe. Ich muss beide Seiten des Torbogens nutzen, um die Plattform auf die andere Seite der Brücke zu bringen. Oh, ich bin so lost. Jetzt ist sie keine Brücke. Ich verstehe. Ich muss beide Seiten des Torbogens nutzen, um die Plattform auf die andere Seite der Brücke zu bringen. Oh. Moment. Jetzt kann ich bei der Brücke hoch Hä? Moment Ich verstehe Ich muss beide Seiten des Torbogens nutzen um die Plattform auf die andere Seite der Brücke zu bringen Jetzt ist die Sache vorhin War da was Ich weiß schon Ich verstehe Ich muss beide Seiten des Torbogens nutzen um die Plattform auf die andere Seite der Brücke zu bringen Wenn ich von hier drauf Oh und der ist sogar schlechter Jetzt so rings rot Ich verstehe Ich muss beide Seiten des Torbogens nutzen um die Plattform auf die andere Seite der Brücke zu bringen Alles verkauft Das Zeug Holzbrille mit silbernen Gestell Oh 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 Huch, mochtet ihr das nicht? Hier war ein Gegner mit Depulso in einen anderen. Depulso. Ups. Ach, verdammt. Ja. Das wollte ich nur. Das ist der einzige Stacke. Zauber. Ah. Zauber. Zauber. Stufe 17. Zauber. Bist du duelle Leistungen ab? Was haben wir denn da jetzt? Nein. Ausrüstungseigenschaft. Rezeptbelohnung. Widerstand gegen Koboldsilber. Gegen Koboldsilber. Gegen Koboldsilber 2. Ich bin schlechter Rüstung. Ich bin schlechter Helm. Was geht des Rechenen Wolfs. Was haben wir hier? Offiziersuniform. Und Offiziersmütze. Müssen wir noch zehnmal. Müssen wir noch zehnmal. Reelle Leistung. Schaffen. Ähm. Wie macht man denn das? Modifikation dazu machen. Achso. Nur wenn dann. Ah. So was kann ich etwas hinzufügen. Höherter Schall mit Experiamus. Noch identifizieren. Wird da auch was reinmachen. Wird da auch was reinmachen. Immer sicher auch irgendwie. Auf einer Werkbank kraften oder so. zeiler. Wie geht's weiter. Ich bin nix. Ich bin nix. Ich bin nix. Ich bin nix. Ding! Mal sehen, was sich auf beiden Seiten verändert hat. So kann man es auch machen. Den Grund muss ich allerdings Prüfungen machen. Ah, ich war doch nicht voll. Ah, ich war doch nicht voll. So muss man es machen. Ach, Mann! Bleibt er da hängen? Achio! Ich war doch nicht voll. 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 Das gefällt mir gar nicht. Okay, das Sammlungsminium mehr oder krieg ich Schlachtstellen vom Gegner her. Sowas ist mir eigentlich egal. Ah! Geschliffen! Ich muss sie verfluchen! Ich muss sie verfluchen! Ich muss sie verfluchen! Schafft! Wer zur Hölle bist du denn? Den Kariumwächter! Ich muss sie verfluchen. Das ist eigentlich grüßig. Ich muss sie verfluchen. Ja, ja. Du hast sie verfluchen. Hab das nicht wahr? Müsst du da Protego machen? was mache ich denn dagegen? ich kann da nichts machen ich bin noch hartnäckiger als die spinne aus da raus ich störe die sphäre während sie sich auflädt ich habe dich, ich habe dich Mann ich bin gleich habe ichs zack 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 Confringo Experiamus Na endlich ich bringe das Geheimnis der Prüfung in Erfahrung noch ein Denkarium wo es gleich direkt raus geht Orangene Molch-Augenschutzbrille Na gut, ab zum Denkarium ok was bekommen wir jetzt zu sehen wie sie die Welt um sich herum verwandeln ist bemerkenswert was ist denn? Sein Zustand bessert sich nicht er wird sich wohl nie vom Tod meines Bruders erholen es ist furchtbar unsere lieben so leiden zu sehen die Dürre ist Jahre her aber der Schmerz seines Verlustes sitzt so tief wie am allerersten Tag er braucht keine hübschen Säulen sondern Frieden was wenn ich helfen kann Professor sie tun doch schon so viel für ihren Vater das reicht nur nicht ich will ihm den Schmerz nehmen ich weiß es ist verlockend mit der Magie die sie beherrschen mehr als nur die physische Welt zu verändern aber menschliche Gefühle haben ihre ganz eigene Macht selbst die umsichtigste und fähigste Hexe könnte den Ausgang nicht vorhersehen den ihre Manipulation zur Folge hätte soll ich nur zusehen wie der Schmerz ihn zerfrisst? Sie haben kein Recht ihn zu nehmen? Sie auf das was sie tun Jedes Jahr aufs Neue sehen Schüler in ihren Teeblättern immer haarsträubendere Dinge Oh, Miss Morgennark Willkommen zurück in Hogwarts, Professor Daran muss ich mich noch gewöhnen Professor Rookwood? Ich bin hoch erfreut Sie ist also Professor geworden in Hogwarts Hier, nehmen Sie Platz Erzählen Sie von Ihren Reisen Ich hatte gehofft, Sie und die anderen könnten mich heute Abend zu Hause besuchen Ich habe so viel zu erzählen Aber nur zu gern Sagen wir den anderen Bescheid Vortrefflich Dann bis bald Ein Karium-Artefakt Ein Karium-Artefakt Vortreffakt Deine